Kennst du irgendwelche Gedichte auf Deutsch? Ja, viele. Es gibt eine Dichterin, die heißt Hilde Domine. Ich glaube, sie war sehr alt, als sie starb. Und sie hat ein Gedicht, das heißt, manchmal wünschte ich, dass Worte Glas wären, dass sie zerbrechen, wenn wir sie missbrauchen. Das ist wahnsinnig schön. Ja. Wow. Das ist wahnsinnig. 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 Bis zum nächsten Mal. 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 Bis zum nächsten Mal.